Bitte, wir müssen auf dieses Boot! Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch! Mierder! Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. Und seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Weise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Komm, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Gracias. Gracias. Mach dir keine Sorgen, Tamako. Hier. Mehr hab ich nicht. Das ist nicht richtig, Dani. Dani, wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus und auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist nur ein Fischerboot. Der ist mir und nein, nicht! Oh, Schuss. Oh, Schuss! Das war's für heute. Bevor er Elb-Präsidenter wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Micho. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fängt. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Türen! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Tod vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Nicht wahr. Ich habe dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische? Die werfen wir wieder ins Wasser. Dann können wir die liste, an der Grund auf das Wasser aufzüLL. Die flieg ist atmet. Was ist das so was? Helmut freuen wir uns an. Ein Mann. 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 Spiele auf der brandneuen Xbox